Chris Töpperwien, 48, schwebt im siebten Papa Himmel Der Reality-TV-Star und seine Frau Nicole begrüßten vor wenigen Tagen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Der kleine Lino ist der ganze Stolz der beiden, und den teilten sie im Netz gleich mit ihren Fans. Doch auch seiner Ex-Frau Magdalene Kelly enthält Chris seinen Nachwuchs nicht vor. Sie durfte Lino jetzt sogar persönlich kennenlernen. Lino hat heute seltenen Besuch, kündigte Chris in seiner Instagram-Story vielsagend an. Darunter hatte er bereits den Account seiner Verflossenen markiert. Kurz darauf teilte er dann ein Bild, auf dem Nicole und Magdalene gemeinsam mit dem Kleinen zu sehen sind. Wenn die Ex-Frau dem kleinen Lino Hallo sagt, schrieb der stolze Papa darunter. Innig betrachten Nicole und Magdalene Lino auf dem Schnappschuss. Und von dem offenbar guten Draht zu seiner Ex-Frau scheint Chris auch einiges zu halten. Wir sind eine Familie, schrieb er zu dem Schwarz-Weiß-Foto. Außerdem betitelte er Magdalene als Tante Magai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020